Wenn der große Zeiger und der kleine Zeiger oben aufeinander stehen, ist es zwölf Uhr mittags. Hallo, weiser alter Elf. Ah, guten Tag, Nanny Plum. Dürfen wir uns dazusetzen? Ja, solange Sie ganz still sind. Was denn sonst? Hm, weiter. Ähm, wer von euch kann mir sagen, woher wir wissen, dass eine Uhr wirklich läuft? Daher, dass wir hören können, wie sie tickt. Oh, ja, Holly. Das war sehr gut. Sehen Sie, wir Feen kennen uns damit aus. Ja, nur Feen haben, wie ich weiß, keinerlei Uhren. Wir wissen auf unsere Weise, wie spät es ist. Hm, scheint mir auch so. So, so. Wodurch wissen wir, wann wir morgens aufwachen müssen? Unser Wecker klingelt. Korrekt. Ich wache auf, wenn unser Hahn stolz kräht. So, Kikiriki, schreit er los. Verstehe. Und wodurch erfahren wir, wann es Zeit ist, schlafen zu gehen? Dadurch, dass die Uhr zeigt, ist es Schlafenszeit. Ja, völlig richtig. Ich gehe schlafen, wenn die Eule ruft. Sie schreit, uhu. Wenn ihr keine Uhr habt, wie wisst ihr dann, wie spät es ist? Wir haben Pusteblumenuhren. Hier. Eins. Darf ich auch mal? Zwei. Ich will auch. Drei. Das bedeutet, es ist drei Uhr. Es gibt aber noch eine Arbeit, die viel gefährlicher ist. Oh, welche ist das? Kann ich die mal sehen? Das kann aber furchterregend sein. Ich habe keine Angst. Ich behaupte, es ist die absolut gefährlichste Arbeit auf der Welt für einen Elf. Was ist es? Das Einsammeln der Eier. Und wieso ist das Einsammeln der Eier so gefährlich? Wegen der Hühner. Wow, die sind ja wirklich riesengroß. Ja, deswegen haben wir auch diesen hohen Zaun. Und deswegen ist es absolut notwendig, das Tor zu verschließen. Oh, das ist ja interessant. Wartet, Prinzessin Holly. So richtig gefährlich sehen die Hühner gar nicht aus. Es ist auch nur das Einsammeln der Eier gefährlich. Und wie werden sie eingesammelt? Ein Elf muss flink zum Ei laufen, es aufheben und damit weglaufen, so schnell er kann. Was kann passieren, wenn er nicht schnell genug ist? Das Huhn setzt sich auf ihn. Oh je. Nun versteht ihr sicher, wie wichtig es ist, dass das Tor immer gut verschlossen ist. In der Fabrik herrscht heute Hochbetrieb. Eine große Spielzeugbestellung für den Weihnachtsmann. Wow. Ist das vielleicht der Weihnachtsmann? Nein, das halte ich für unmöglich. Nein, nein. Oh, das ist ja eine Überraschung. Ist der weise alte Elf zu sprechen? Ja, ja. Ich kümmere mich sofort darum. Ein Gespräch für den weisen alten Elf. Bitte sofort beim Empfang melden. Es ist regend. Hallo, Prinzessin Holly. Hallo, weise alter Elf. Der Weihnachtsmann ist dran. Oh, entschuldigt mich einen Moment. Hallo? Hallo, weise alter Elf. Werden denn auch die Puppen rechtzeitig zum Weihnachtsfest fertig? Ja, selbstverständlich. Wir schließen die Produktion der Puppen definitiv heute ab. Und kann ich mich auch darauf verlassen, dass sie ein hübsches rotes Kleid anhaben? Ja, alle tragen ein entzückendes rotes Kleid. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ist das hier eine von den Puppen für den Weihnachtsmann? Ja, wir basteln hunderte davon. Und alle müssen heute fertig werden. Können wir uns ansehen, wie sie gemacht werden? Natürlich. Ach, wenn doch Nanny Plum hier wäre. Sie liebt Scherze. Oh, ich wusste noch gar nicht, dass sie Freude an solchen Dingen hat. Ja, Nanny hat einen riesengroßen Sinn für Humor. Wirklich? Dann muss man ja schleunigst mit ein paar Scherzen zu ihr. Los, fahren wir hin. Ich sag Nanny Plum, dass sie hier sind. Nein, nein, Prinzessin Holly. Ein Scherz sollte immer eine Überraschung sein. Oh, das wird lustig. Ich hab wirklich zu tun. Wer kann das denn sein? Hallo? Was wünschen Sie? Hallo? Was wünschen Sie? Was? Was? Warum wiederholen Sie alles, was ich sage? Warum wiederholen Sie alles, was ich sage? Ich hab keine Zeit für so'n Quatsch. Ich hab keine Zeit für so'n Quatsch. Verrückter alter Narr. Verrückter alter Narr. Oh, ich glaube Nanny fand das gar nicht lustig. Hast du nicht gesagt, dass sie Scherze gern hat? Ja, hat sie. Versuchen wir noch einen. Einverstanden. Das ist mein Favorit. Eine kleine Spielzeugmaus. Oh, Nanny Plum kann Mäuse nicht ausstehen. Oh, die hier wird sie lieben. Die ist toll. Wir sind fertig. Rein mit ihr. Da ist die Windhühle. Wow. Hallo, Ben. Hallo, Holly. Hallo, weiser alter Elf. Ah, Nanny Plum. Guten Tag. Kann ich bitte einen Sack ihres Mehls bekommen? Aber gern. Er wird für Sie bereitgestellt und das genau in einer Woche. Ich dachte, das geht so fort. Oh, der Volksmund sagt schon, du treibst die Elfin Windmühle nicht an. Wieso nicht? Oh, wissen Sie nicht, wie in einer Windmühle das Mehl gemahlen wird? Doch, das weiß ich genau. Äh, weiser alter Elf, können Sie uns nicht zeigen, wie das Mehl gemahlen wird? Natürlich kann ich das. Bitte mir zu folgen. So, kann mir irgendjemand sagen, was das ist? Das ist ein Elf. Nein, nein, was der Elf in seiner Hand hält. Das ist Weizen. Ja, sehr gut, Ben. Und wer weiß, was wir mit dem Weizen in der Elfenwindmühle machen? Ich weiß es. Wir nehmen den Weizen und dann... Halt einen Moment, Ben. Lassen wir den Feen die Chance, es uns zu sagen. Äh, wird er mit der Boden ausgefegt? Nein, nein, nein. Aus den Weizenähren wird das Mehl gemacht. Zuerst geben wir den Weizen in diesen Trichter hinein. Wenn er durch den Trichter rutscht, werden die Teile, die wir brauchen, aussortiert. Seht es euch an. Hier lang, dann bitte. Bitte, Nanny Plum. Können wir nicht eine große Klasse sein? Bitte erlauben Sie es, weise alter Elf. Nun, von mir aus. Ich habe keine Schwierigkeiten, wenn es ein paar Kinder mehr sind. Was? Weise alter Elf. Ihre Anwesenheit ist also nicht erforderlich. Ich, ich... Sie können Ihre Kinder wieder einsammeln, wenn mein Unterricht zu Ende ist. Ohne Zweifel gibt es einen charmanten Feennamen für diese Pflanze. Doch meine Klasse hat sie eindeutig und korrekt identifiziert. Und zwar als eine Wiesendistel. Oh, ist das nicht vielleicht Gartenschaumkraut? Oh, interessant. Oder Gartenschaumwurz? Ihr beide kennt die verrücktesten Pflanzennamen. Also solltet ihr beide den Unterricht machen. Hm, unter einer Bedingung. Ohne Zauberei. Ich mache heute Naturkundeunterricht und kein Zaubertraining. Toll. Es ist alles klar. Dann los. Seht nur. Ah, eine Eichel. Na, was wächst eines Tages aus einer Eichel? Lautet die Antwort ein Eichenbaum? Die Frage ging eigentlich an die Kinder. Ja, ja. Eichenbaum ist aber die richtige Antwort. Was der weise alte Elf gerade versucht uns zu sagen, ist, dass diese kleine Eichel wächst und zu einem großen Eichenbaum wird. Oh. Cool. Können wir sie jetzt wachsen sehen? Oh, oh. Es dauert viele, viele Jahre, bis daraus ein Baum wird. Oh. Es sei denn, es gibt magische Hilfe. Nanny Plam. Die Vereinbarung war ohne Zauberei. Ertragen sie es, in diese traurigen Kindergesichter zu blicken. Sie würden so gern sehen, wie ein Eichenbaum aus der Eichel wird. Der springende Punkt ist, dass ich Zauberstäbe nicht durch Zauberei reparieren kann. Und wer kann sie reparieren? Die Elfen machen das. Die Elfen, Zauberstäbe, stimmt das denn wirklich? Oh ja, natürlich. Eigentlich weiß das doch jedes Kind. Elfen sind richtig gut im Herstellen von Zauberstäben. Und wir sind Elfen. Ah. Los, auf zur Elfenfabrik. Nanny, Zauberstäbe haben mit Zauberei zu tun. Und Elfen zaubern doch nicht. Sie benutzen die Zauberstäbe ja auch nicht. Sie stellen sie einfach nur her. Guten Morgen. Was kann ich für euch tun? Ähm, ich hab meinen Zauberstab zerbrochen. Damit hat sie gegen einen Stein geschlagen. Einen Moment bitte. Weiser, alter, elf. Weiser, alter, elf. Bitte umgehend an der Rezeption melden. Ah, Prinzessin Holly. Was kann ich denn Schönes für euch tun? Hollys Zauberstab ist zerbrochen. Damit hat sie gegen einen Stein geschlagen. Verstehe. Keine Sorge. Das wird schnell repariert. Folgt mir. Alle müssen Schutzhelme tragen. Oh. Oh. Wir benutzen jetzt den Zug. Oh. Alles an Bord. Alle gut festhalten. Das ist wichtig. Wir fahren tief hinunter. Wie tief denn? Level 500. Die Zauberstabfertigung. Level 500. Das ist der tiefste Level, den wir hier haben. Warum ist denn die Zauberstabfertigung so tief unter der Erde? Weil es dabei um Zauberei geht. Und Elfen mögen keine Zauberei. Deswegen haben wir die Zauberstabfertigung auch so tief nach unten verlegt wie nur möglich. Ah, und wie ist die Spielzeuginspektion verlaufen? Hat der König gesagt, dass die neue Rakete perfekt sei? Ähm, er fand, sie sollte ein bisschen höher fliegen. So, wirklich? Naja, ich glaube, ich finde noch eine stärkere Feder. An welche Höhe dachte denn der König da so? Bis zum Mond. Bis zum Mond? Und ich habe gesagt, sie könnte Passagiere mitnehmen. Passagiere mitnehmen? Bis heute Abend. Absolut unmöglich. Die Elfen-Ehre steht auf dem Spiel. Die Elfen-Ehre? Dann geht's nicht anders. Wir müssen es tun. Wir bauen diese Rakete und wir fliegen damit auch zum Mond. Noch heute. Die Spielzeugproduktion in der Elfenfabrik auf der Stelle beenden. Es wird ab sofort an der Elfenrakete gearbeitet. Jawohl! So, ich werde jetzt ausarbeiten, wie man unsere Elfenrakete von hier, dem kleinen Königreich, hierhin bekommt. Zum Mond. Äh, Nanny Plum. Ich möchte, dass Sie uns heute Abend zu einem kleinen Ausflug begleiten. Zum Mond. Ein Ausflug zum Mond? Das klingt verlockend. Ich sorg für ein Picknick. Hallo? Hallo, Eure Majestät. Die Elfenrakete steht bereit. Was, so schnell? Elfen arbeiten nun mal schnell. Und wir sind Elfen. Die Plastikflaschen werden zu dieser Masse verarbeitet. Aus den alten Konservendosen werden Zahnräder für Uhrwerke. Und das ganze alte Papier und die Kartons kommen in diese Verarbeitungsmaschine. Daraus werden solche Pappen gepresst, die dann zu neuen Verpackungen für unsere Spielzeuge gefaltet werden. Wow! Das ist wirklich clever. Elfen sind wirklich clever. Und wir sind Elfen. Hier lang. Hui! 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 Die Elfenfabrik produziert in jeder Sekunde ein neues Spielzeug. Was geschieht denn, wenn sie schlafen gehen? Werden dann die Maschinen gestoppt? Nein, natürlich nicht. Wir arbeiten Tag und Nacht, um sicherzustellen, dass die Kinder auf der ganzen Welt ihr Spielzeug kriegen. Die Elfenfabrik steht niemals still. Oh, jetzt tut sie es aber doch. Was? Ich fürchte, wir haben da ein kleines Problem, weiser alter Elf. Wir haben keinen Nachschub an Plastik, Metall und altem Papier. Dann zaubere ich eben ein bisschen Nachschub. Nein, nur keine Zauberei. Wir sind Elfen. Und wir... Ach, würden niemals zaubern. Und was wollen sie stattdessen tun? Wir werden einfach nur zum großen Elfenturm gehen. Uh! Hier lang bitte. Uns bringt der Zug schnell dorthin. Oh! Alles einsteigen. Erster Halt. Ebene 1. Der Computerraum. Der Computerraum. Alle gut festhalten. Oh! Erste Ebene. Der Computerraum. Das war lustig. Oh, mein Magen sieht das aber ganz anders. Tolle Fahrt, was? Und es wird noch viel besser beim nächsten Mal. Nächstes Mal? Was meinst du damit? Abwarten. Bitte mir zu folgen. Hier drin entscheiden wir darüber, wie unsere Spielzeuge aussehen. Macht ihr sie nicht, wie es euch gerade so einfällt? Oh nein, durchaus nicht. Es wird alles genau festgelegt bis ins kleinste Detail. Nichts wird dem Zufall überlassen. Toll! Das klingt mir nach einem harten Stück Arbeit. Wir rühmen uns äußerster Gründlichkeit. Hier also werden die Farben ausgesucht. Das da ist doch die Puppe für den Weihnachtsmann. Ja. Jetzt könnte ich zum Beispiel, wenn ich das wollte, die Farbe des Puppenkleides ändern. Von rot auf blau. Blaues Kleid. Die Elfenwerkstätten wüssten nun genau, die Farbe des Kleides ist blau. Der Weihnachtsmann will aber ein rotes Kleid. Natürlich will er das, Prinzessin Holly. Das war ja auch nur ein Beispiel. Hilfe! Hilfe! Was war das? Ohohoho, sie lacht wohl. Ähm, so ähnlich. Ohohoho, prächtig. Na los, gehen wir auch hinein. Ah, Hilfe! Ohohoho, fröhlichen Elfenjuckstag. Das war nicht lustig, weiser alter Elf. Oh, dann bin ich untröstlich, Nanny Plum. Darf ich Ihnen dennoch sagen, wie entzückend Sie heute aussehen? Was? Das ist wieder ein schlechter Scherz, oder? Nicht doch. Oh, Sie sehen so hübsch aus. Darf ich ein Foto von Ihnen machen? Ohoho, warum nicht? Knipsen Sie ruhig. Oh, zu gütig von Ihnen. Sagen Sie Cheese. Cheese. Oh, was ist das? Ohoho, wie gewünscht. Stinkender Elfen-Cheese. Ohohoho. Ah, der stinkt wirklich mächtig. Ohohoho, ja. Eine Top-Qualität. Der beste Stinkerkäse. Ohohoho. Das war auch nicht lustig. Durchaus nicht, Mr. Alter Elf. Oh doch, das war's. Ohohoho. Das sieht aber gar nicht nach mir aus. Wir sind ja auch noch gar nicht fertig, Prinzessin Holly. Seht nur. Der Wind bewegt die Flügel. Die Flügel bewegen die Zahnräder. Und die Zahnräder bewegen die Mühlsteine. Durch diese Mühlsteine werden die Körner ganz fein zermahlen. Und dabei kommt dann das hochwertige Elfenmehl heraus. Das geht ja sehr, sehr langsam. Deswegen dauert es ja auch eine Woche, bis wir einen Sack voll bekommen. Wieso kann es denn nicht schneller gehen? Die Mühle ist auch abhängig von der Windstärke. Also, wenn wir es schaffen würden, dass der Wind kräftiger bläst, dann würden sich die Windmühlenflügel schneller drehen? Ja. Wir können aber die Windgeschwindigkeit nicht beeinflussen. Ich schon. Oh, nicht doch. Ich glaube nicht, dass Zauberei hierbei gut ist. Nur keine Aufregung. Ich bin immer äußerst vorsichtig beim Einsatz eines Wetterzaubers. Nanny, darf ich den Wetterzauber auch machen? Nein, Prinzessin Holly. Du bist noch viel zu jung für so gefährliche Wetterzauber. Oh. Aber du kannst mich beobachten und lernen, wie es gemacht wird. Wind, der ziemlich lau nur weht, zeigt, dass es auch kräftig weht. Na, was habe ich Ihnen gesagt? Ähm, na ja. Die Windmühle läuft schneller und schneller. Sehen Sie, weise alter Elf, ich weiß genau, was ich tue. Nein. Bitte, Nanny Plum. Machen Sie, dass die Eichel zu einem Baum wächst. Ja, bitte, Nanny Plum. Ich tät's liebend gern. Es scheitert am weisen alten Elf. Bitte, weise alter Elf. Also schön. Es wird nur ein kleiner Zauber. Abstand halten, Kinder. Höchstens ein winziges Bäumchen, bitte. Ja, ja. Blitzen soll's donnern. Nordwind blas los. Wehrt zur Eiche groß, groß, groß. Nanny Plum, ist das Ihre Vorstellung von einem kleinen Baum? Ähm, er ist etwas groß geworden, nicht? Ich kann ihn aber sofort kleiner machen. Nein, nein, er wird jetzt so gelassen. Gehen wir weiter. Nächstes Thema, Pilze. Ah, gut, Pilze. Wer kann mir sagen, was das ist? Ein Giftpilz. Äh, ja, korrekt. Und? Ihr solltet nie und nimmer einen Giftpilz verzehren, denn er würde euch gefährlich... Was der weise alte Elf euch gerade zu sagen versucht ist, dass ihr nie und nimmer einen Giftpilz essen dürft, sonst werdet ihr gefährlich krank. Allerdings. Gut. Und ihr werdet nie und nimmer einen Giftpilz essen. Ja, weise alter Elf. Natürlich glaube ich, weise alter Elf. Sie haben Lust, darauf zu sitzen. Was? Elfen lieben es, auf Giftpilzen zu sitzen. Madame, Sie verwechseln wohl was. Es sind die Gnome, die sich auf Giftpilze hocken wollen. Elfen, Gnome, wer auch immer. Sie finden niemals einen Elf, der sich auf einen Giftpilz setzt. Die Krebsscherenhalteklammer, bitte. Die Krebsscherenhalteklammer. Sortierhütchen. Sortierhütchen hier. Also das sieht alles sehr kompliziert aus. Die Reparatur eines Zauberstabkopfes ist eine Mischung aus Chirurgie und Uhrmacherhandwerk. Ah. Den Fitsch-Fatsch-Schockierungs-Flötentrichter. Flötentrichter. Hm, interessant. Das hört sich noch nicht richtig an. Hurra! Können wir nach Hause gehen? Noch nicht, Nenniplam. Hollis Zauberstab muss noch getestet werden. Auf geht's zum Testraum. Der Testraum für Zauberstäbe. Er ist der sicherste Platz zum Zaubern im ganzen Königreich. Wieso brauchen Sie einen speziellen Raum, um zu zaubern? Wir wollen verhindern, dass Zauberei nach außen dringt und für Ärger sorgt. Wo bleibt da der Spaß? Magie ist nicht dazu da, Spaß zu haben. Hier wird nur sichere und sensible Zauberei ausgeführt. Was tut er denn da jetzt? Wie es aussieht, richtet er den Testroboter für einen Zauberspruch ein. Was ist das? Limonade. Wir wollen jetzt den Zauberstab testen, indem wir die Limonade in irgendetwas anderes verwandeln. Können wir sie auch in eine goldene Kutsche verwandeln? Oder ein Monster mit 100 Augen und drei Beinen? Ha, ha, ha. Abwarten und Tee trinken. Die Limonade hat sich in Wasser verwandelt. Darf ich vorstellen? Die Elfen-Rakete. Imposant. Und sie fliegt? Und sie fliegt? Natürlich fliegt sie. Das ist eine Elfen-Rakete. Die Rakete landet genau hier. Das ist das Meer der Stille. Oh, an einer Küste. Da können wir ja auch Sandburgen bauen. Wie schön. Dann picknicken wir am Strand. Man kann da auch paddeln, würde ich denken. Es existiert doch kein Wasser da auf dem Mond. Und woraus besteht dieses Meer denn dann? Aus Felsen. Ein Felsenmeer? Was hat man denn davon? Jetzt alle genau zuhören. Es ist eine äußerst ernsthafte Mission. Es gibt kein Schwimmen und auch keine Picknicks. Hier, das ist die Hauptkabine. Die Kabine ist ein wenig klein geraten. Da bleibe ich lieber gleich unten in der Küche. Der Küche? So etwas gibt es hier nicht. Keine Küche? Wofür braucht man denn dann den ganzen Platz? So viel Platz brauchen wir für den Treibstoff, Nanny Plum. Ich habe genau ausgerechnet, wie viel Treibstoff erforderlich ist für eine Reise zum Mond. Wo finde ich denn die Toilette? Die existiert nicht. Das heißt, Sie müssen gehen, bevor Sie starten. Keine Toilette? Aber nach einem Picknick am Strand muss man sicher mal... Nanny Plum! Es gibt kein Picknick am Strand. Verstanden? Das ist eine sehr ernsthafte Mission. Wir reisen doch schließlich zum Mond. Auf zum großen Elfenturm! Was ist denn der große Elfenturm? Oh, das ist ein wundersamer Platz. Ich habe noch nie davon gehört. Der große Elfenturm beschenkt uns mit allen Dingen, die wir für unsere Spielzeugherstellung benötigen. Wie macht das der Turm denn? Wenn Menschen hier draußen im kleinen Königreich ein Picknick machen, dann werfen sie Plastikflaschen, Konservendosen und altes Papier hinein in den großen Elfenturm. Wir sind da! Nun staunt der große Elfenturm! Wo? Alles, was ich sehe, ist ein Mülleimer. Was? Die Menschen und auch die Feen mögen ihn ja vielleicht in den Mülleimer nennen. Aber für uns ist er der große Elfenturm. Was haben Sie denn da an? Das ist lustig. Es ist durchaus nicht lustig. Das ist ein wichtiger Schutzanzug. Der große Elfenturm kann nämlich sehr gefährlich sein. Und ziemlich stinkend. Es geht los! Nicht schlapp machen, Sie haben es gleich geschafft. Haben Sie viele Dinge gefunden, um neues Spielzeug zu bauen? Äh, noch nicht. Es ist ein bisschen dunkel. Ich lasse mich noch zu verhunter und sehe mich genauer. Oh je! Es sieht so aus, als ob der große Elfenturm leer wäre. Alles einsteigen! Nächster Halt, die Elfenbergstätten. Oh, wir müssen doch nicht noch weiter runter, oder? Doch, Nanny. Die Fabrik befindet sich tief unten in den Wurzeln des Baumes. Und wie tief unten? Sehr tief unten. Oh. Alle festhalten. Wir fahren aber nicht gerade sehr tief runter. Abwarten, Holly. Nächste Station, Ebene 99. Festhalten! Oh! Oh! Mein Magen! Das macht Spaß! Eben 99. Die Elfenwerkstätten. Und die Pampemaschine. Die was? Die Pampemaschine. Oh! Hier lang, Prinzessin Holly. Bitte. Wenn es Fragen gibt, stellt sie ohne Hemmungen. Ja, gern. Hallo! Was tun sie denn hier so? Ich zieh diesen Hebel, Prinzessin Holly. Was tun sie denn noch? Immer nur den Hebel ziehen und die Pampe kommt raus. Wird das nicht langweilig? Elfen langweilen sich nie. Und ich bin ein Elf. Danke sehr. Gehen wir weiter. Das ist die Formpressmaschine. Oh! Und was haben sie zu tun? Ich muss den Knopf drücken. Oh, jeden Tag? Ja, jeden Tag. Sie müssten ja enorm geduldig sein. Elfen sind sehr geduldig. Und ich bin ein Elf. Ich werde sie jetzt verwandeln. In eine Schnecke. Nicht, Nanny. Wie war das, nie zaubern, wenn man ärgerlich ist? Ich bin doch nicht ärgerlich. Her zu mir, Zauberstab. Das waren nur harmlose Scherze. Nichts sonst. Ja. Jetzt scherze ich genauso. Weg wird Schneck. Das war falsch, Nanny. Du hast selbst gesagt, nie zaubern, wenn man ärgerlich ist. Ja. Fröhlichen Elfenjuckstag, weise alte Schnecke. Ha, ha, ha. Was hat diese Schnecke hier zu suchen? Weißt du, Daddy, der weise alte Elf hat Nanny Plum Streiche gespielt. Bis sie ärgerlich geworden ist und ihn verzaubert hat. Vom weisen alten Elf war das doch nur ein Spaß. Haben Sie keinen Sinn für Humor, Nanny Plum? Doch, Eure Majestät. Und warum haben Sie ihn dann in eine Schnecke verwandelt? Ähm, ich hab gedacht, der Scherz wäre lustig. Und? War er lustig? Nein, Eure Majestät. Er sieht nicht gerade glücklich aus. Das überrascht mich nicht. Verwandeln Sie ihn zurück in den weisen alten Elf, Nanny Plum. Wie ihr befehlt, Eure Majestät. Werde im Nu wieder du. Eure Majestät. Ich danke vielmals für eure Hilfe. Ist schon in Ordnung. Hallo allerseits. Hallo Dad. Hallo Mr. Elf. Hallo Holly. Ich sehe, ihr habt meinen Lieblingsleseplatz gefunden. Ach, hierhin scheint die Sonne zu dieser Tageszeit ganz herrlich. Ähm, ja. Ähm, das hier wäre ein Giftpilz, so sagte ich schon. Und ein Elf sitzt oben. Ähm, ja. Und ein Elf sitzt oben. Er sieht sehr fröhlich aus. Ja, ja. Gehen wir weiter. Ja, wir haben noch Zeit für eine letzte Sache. Wiedersehen Mr. Elf. Macht's gut. Was denkst du, wird die letzte Sache sein? Ich wette, es sind Frösche. Nanny zeigt uns jedes Mal noch Frösche. Ja, sicher kommen Frösche. Wer kann erraten, was wir als nächstes beobachten? Hm, Frösche. Ja, wir sehen jetzt noch Frösche. Ähm, ich kann leider nirgends Frösche entdecken. Nicht ein Frosch. Äußerst enttäuschend. Können wir nach Hause gehen? Gar kein Problem. Ich verwandle jemanden in einen Frosch. Kann ich bitte einen Freiwilligen haben? Kommt schon. Wer möchte ein Frosch werden? Herrje, will denn heute alles schief gehen? Tja, tja, dann mach ich es eben selbst. Zick, zack, zosch. Mach mich zu einem Frosch. Wow. Ein gewöhnlicher Frosch. Das seht nur, wie schleimig er ist. Uah. Und wie übel riechend noch dazu. Oh, das stinkt ja abscheulich. Pui. Und wie einfältig er klingt. Tja, das bringt den heutigen Naturkundeunterricht zu einem recht zufriedenstellenden Ende. Warum sollte man sowas denn tun? Das ist keine Magie. Eine äußerst sensible Magie. Eine blödsinnige Magie. Ach, worin würden Sie das denn verwandeln wollen? Na, zum Beispiel darin. Oh, Sie haben außerhalb des Testraums gezaubert. Das war äußerst riskant. Oh, eine Zitrone. Es sollte eigentlich ein Frosch werden. Nanny Plam. Mein Zauberstab arbeitet nicht richtig. Er rasselt ja auch. Oh, verstehe genau, was Sie meinen. Das klingt recht kritisch. Hm, wie lange ist es denn jetzt her, dass er hier zur Durchsicht war? Zehn Jahre rund. So, korrekt ist aber eigentlich einmal jährlich. Hier, versuchen Sie's. Ja, das ist gleich viel besser. Nanny, du hast den weisen alten Elf in einen Frosch verwandelt. Und es ging leicht. Sie zaubern ihn doch aber wieder zurück. Ja, ich fürchte, das muss ich wohl. Sei im Nu, gleich wieder du. Wirklich gut. Ihr Zauberstab arbeitet jetzt offensichtlich perfekt. Nun warten Sie aber nicht wieder zehn Jahre, bis Sie ihn durchsehen lassen. Nein, weiser alter Elf. Tut mir leid. Dankeschön dafür, dass Sie meinen Zauberstab repariert haben. Oh, sehr gern geschehen, Prinzessin Holly. Es ist gut, dich heil und gesund wiederzuhaben. Ich verspreche dir, von jetzt an passe ich besonders gut auf dich auf. Ja, und schlag ihn nie gegen einen Stein. Keinesfalls. Achtung, alle Astronauten Raumanzug anlegen und fertig machen zum Start. Wofür ist das gut? Im Weltraum gibt es keine Luft, deshalb braucht man diesen Schutzanzug. Aber wir können doch zaubern, um zu atmen. Nein, Zauberei ist nicht gestattet an Bord der Elfenrakete. Alle müssen ihre Zauberstäbe hier zurücklassen. Oh, na schön. Astronauten an Bord der Rakete! Königin Aurickel, würdet ihr mich bitte begleiten? Wir gehen in den Bodenkontrollraum. Oh. Systeme checken. Triebwerke bereit? Triebwerke startklar. Computer bereit? Computer ist online. Treibstoffsystem bereit? Treibstoffsystem in Ordnung. Startet den Countdown! Zehn. Ich möchte allen viel Glück wünschen. Ihr werdet an einen Ort gelangen, wo noch nie ein Elf vor euch war. Eine Fee auch nicht. Auch keine Fee. Entschuldigung, Holly. Ihr werdet an einen Ort gelangen, wo noch nie ein Elf oder eine Fee vor euch war. Sind alle startbereit? Total bereit. Hier ist alles okay, weise alter Elf. Es geht los! Nächste Station, der Mond. Start frei! Jetzt durchhalten, Leute. Alle Systeme arbeiten. Wo ist sie denn nun? Wo ist sie denn nun? Wo ist sie denn nun? Auf in den Weltraum! Es hat tatsächlich funktioniert. Also das hätte ich nicht erwartet. Oh je, das Auto springt nicht an. Sieh mal, der Tank ist leer, sagt die Anzeige. Kein Benzin? Ach, das ist nicht gut. Oh, ich wünschte, dass wir Ihnen helfen könnten. Äh, Nanny Plum. Wie wär's, wenn Sie sich da kurz einschalten könnten mit ein bisschen, ähm, Feendingsda? Feendingsda? Was soll das sein? Sie wissen schon, das Zeug, das Sie mit Ihrem Zauberstab machen. Oh, Sie meinen wohl Magie, weiser alter Elf. Ja, Magie. Mit Vergnügen. Magie schafft alles. Blitzen soll's donnern. Wunderwelt groß. Schick das Auto los, los, los. Ja, das ist genug Feenstaub, dass Sie nach Hause kommen. Oh, wir haben kein Benzin im Tank und der Wagen fährt trotzdem. Womöglich ist der Wagen so modern, dass er gar kein Benzin mehr braucht. Fragen wir in der Werkstatt nach. Wiedersehen, Lucy. Komm bald zurück. Danke für die Hilfe beim Auto. Lucy, mit wem hast du denn da gesprochen? Ich bin ein paar Elfen und Feen begegnet. Oh, wie nett. Der Wagen glänzt heute ja richtig. Ich habe ihn noch nie so funkeln sehen. Das ist Feenstaub. Was für eine süße Idee.